Herzlich willkommen am Neuenhammer Strand. Es sind gefühlte 20 Grad und die Bikini-Figur muss her. Ich habe heute eine Freundin mitgebracht, mit der man super Partnerübungen machen kann, weil zu zweit macht das ja auch mehr Spaß. So, dann wollen wir mal. Und zwar gehe ich hier einmal in die Kniebeuge, während sie mir die Beine gibt und sich dann nur noch mit den Armen abstürzt. Dann gehen wir gemeinsam runter und wieder hoch. So, sehr gut gemacht. Hier trainieren wir jetzt vor allem ich einmal die Beinmuskulatur und die Po-Muskulatur und bei meiner Freundin trainieren wir einmal den Trizeps. Und diese Übung machen wir mit drei Sätzen bei 15 Wiederholungen. Und diese Übung zu zweit beansprucht super die Bein- und Po-Muskulatur. Dabei gehen wir beide entgegengesetzt die Beine aufstellen, einmal runter und ziehen das Bein an. Runter und Bein anziehen. Runter und Bein anziehen. Diese tolle Übung könnt ihr dann auch bei drei Sätzen mit 15 Wiederholungen machen. Natürlich rechts und links. Denkt dran, wenn ihr ganz viel Erfolg bei den Übungen haben möchtet, sollte die Ernährung natürlich auch stimmen. Das ist wichtig, dass nach dem Training natürlich eine eilweißreiche Ernährung sein sollte und vor dem Training ein bisschen Energie, wie zum Beispiel eine Banane. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Übungen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war super. Hast du richtig gut gemacht. Das war super. Hast du richtig gut gemacht.